Eine zentrale Notaufnahme ist der Ort, wo zentral eigentlich alle Notfälle auflaufen. Ob sie nun fußläufig zu uns kommen oder mit dem Rettungsdienst oder dem Notarzt. Die zentrale Notaufnahme beinhaltet eigentlich alle Fachabteilungen des Hauses. Das bedeutet zum Beispiel die Innere, die Unfallchirurgie, die Urologie und ist halt dadurch gut gesteuert. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Arzt da, der sich auch schnell ihren Problemen annehmen kann. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!